Wie kann man einer hängenden Brust vorbeugen? Sehr gute Frage. Vorbeugung ist immer besser als eine Operation. Entstehen kann eine hängende schlaffte Brust durch Volumenbelastungen der Brust, sei es durch Schwangerschaft, lange Stillzeiten. Dadurch wird eine Brust im Volumen vergrößert, die Haut wird ausgedehnt. Wenn dieses Volumen wieder zurückgeht, dann bleibt häufig, wenn die Elastizität der Haut nicht mehr so gegeben ist, etwas Haut übrig und die Brustwarze tritt nach unten, die Haut ist erschlaffter. Volumenschwankungen im Sinne von starker Gewichtszunahme und danach Gewichtsabnahme haben denselben Effekt. Das heißt, möglichst gleichbleibendes Gewicht, möglichst gesunde Ernährung, möglichst viel BH tragen, das sind die Dinge, die man tun kann. Alsoolaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaala Vielen Dank.